Wir befinden uns hier in der sehr schönen Annenkapelle der St. Marienkirche, der evangelischen Marienkirche hier in Greifswald-Pommern und hier gibt es eine Euleorgel, Orgelbar Eule aus Bautzen, zwei Manuale, das ist sozusagen die Kapellenorgel, zum Beispiel für die Morgen- und Abendgebiete, auch während der Bachroche, während draußen, wenn man hier aus der Kapelle rausgeht, in die Großkirche sozusagen, die große Orgel auf einen wartet, nämlich die unglaublich schöne Memelorgel, wie sie leibt und lebt. Es ist morgens, still und ruhig, sonnendurchflutet. Musik 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 Amen. 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 Amen.